Einfach muss man den Boden die da oben vor Ort hier auch damals Füllen sich aus, aber es ist noch nicht fertig. Ich bin auch noch nicht fertig, nicht baugen. Das ist jetzt die halt feste Arbeit gerade. Ein Ziel, wieviel ist eine Menge Glas? Menge Glas. Eimer. Kloestone. Grasblock. Aber das kann nicht auch noch so hoch. Ich weiß, dass die das nicht mehr ausgeführt wird. Eeeh Eeeh Grat er hat ausgetaucht Eeeh Boah Jetzt wollte ich einfach erst mit mir zusammen mit dem Alzarbein Mit ehemals da rein Boah ey Gell? Zeit und was sie Die haben ja gestern noch mal ne kleine Wunde gespielt online gespielt Alter, der Gehner war richtig gut Hallo Barbie Hälst du noch? Ich glaube da ist mal kurz weg Na toll Also man kriegt ne Medaille Wenn man zwölf Kills hintereinander macht Mit einer Woche Was weil ich statt mit meinen Schatten Schatten mir das anfangsgewehrrotz erstmal 24 Kills hintereinander weg Hehehe Ich bin also am Ende mit 24 4 oder 7 rausgegangen In der Runde Das ist diesem Spiel schon schwer Und ich hab' 24 oder 28 Ich weiß jetzt nicht mehr Aber auf jeden Fall weil das richtig geile Loma Da hab' ich ne Da hab' ich Fabi wird die 1 ich erlaubt offen falsch keiner so jetzt brauche ich Lauer hat einer von euch noch eine einzige Orangenwolle? Nein das ist jetzt eine verdammte Orangenwolle 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 aber das war uns auch mal trifft auf 1 kann jetzt mit der Bombenleistung eine Falle warm wird auch bald äh äh meine Falle sei doch wo es zu diesem Eingang Ziel kriegt dass er wohl auch so scheiße wie vorher ja einfach mal so jetzt brauche ich Lauer Lolls gelettet das was du dir ja dann soll man welchen würde gehen oder so klopft klopft du hast die beiden in den Augengründen keiner schuld da ja weil du Depp die Tür offen gelassen hast danke dann macht man sie zu Mann wie schwer kann es eigentlich sein ich bin der Troller in der Runde und damit muss man jetzt sehen ich freue mich einmal und ich haue auf die Fresse Lollalala 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 genau so wie ich nicht bei einer College wie sie so selber schuld der Wetter sucht mich zu treuen der muss so mitnehmen die Gäste Kiektur ist toll Loller 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 Gäste aber auch er war rechte bei uns geht es weiter die ja und was soll sie machen die Anklage schreiben dann ist er lieb Ich will es meinem Papa sagen, das sagt deine Mama. So, ich hau und raus Glas. Ja. Nein, ich habe einen Lachstuhl. Ah, das ist wieder so. Ich habe... So, ich bin da. Was ist unten? Ja, ich bin oben. Loll. Meine vollste Wert bin jetzt hier, den Ofen und die Platte in... Wäre ja egal. Weißt du was? Ich mache jetzt den Suicide. Ja, Animo! Loll. We're done epic fail. Oh, the two is epic fail. Aber was wollte ich jetzt machen? Ich wollte mir Schaufel holen und damit den Sand abbauen. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt geht's los, jetzt auf vier. Ja, endlich! Also, das ist mein Spruch, aber egal. Fick dich. Du bist nicht der Interesse dieses Spruchs. Erst wenn du es beim Patent anmeldest, dann ist es dein Spruch. Hey, Fabi, guck mal aus deinem Hauszimmer runter. Das ist mal deine Treppe. Was? Guck mal die Treppe. Von deinem Zimmer. Wo war's denn, hä? Soll ich mich auch so ein Mondstimmer holen? Kommt der hier, Hauden der Untoten! Oh, schon wieder so ein Mini-Creeper! Sand! Oh, oh, oh! Kommt die, erfahrung, erfahrung! So. Der Eingang hat auch noch so vorhin bekommen, ehrlich. Nicht. Das war absurd. Scherz, ich bin bei der Sandwolle. Doch, hallo, ihr Ehepaarer. Zählt jetzt auch, weil ich ein Kinderbeliege habe. Aber du wolltest noch Sand von mir haben. Ich war eigentlich nicht. Glas. Leute, fach nicht den Zombo! Kannst du ein Bier haben. Auf Glas. Reicht nicht. Du warst fertig. Und tschüss, Spinner. Spideyly, Spideylo. Jetzt griefen wir mal. So, ich bin erst mal fertig mit meinem Zimmer. Ich noch lange nicht. Wir können erst mal was noch mit dem Blatt. Und dann... Nee, was und nur was und nur was und nur was. So wie. So wie. So wie. Warum? Wohin war. Wohl. Wohl. Was scheviert es sind? Wohl. Wohl. Da wann sie sich, die Raschall das da kommt. Wohl. 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 ich weiß ich wie so aufgehört aber auch gut geben dass wenn sie zu viel geworden ist dann wir werden und warum in Wettbewerb so ich muss dann mal und dann kann ich bei uns als sie was ich habe es einfach zu wenig Internet wir setzen ja aus in der Leitung ist da bei 100.000 und dann wird hier ja aber und apropos 100.000 ich werde mal ich werde mal fragen weil ich kriege ja jetzt nur den Server für 5 Euro im Monat und ich werde mal gucken vielleicht kriege ich das hin ob man zwar Minecraft Server auf die selbe IP laufen lassen kann aber auf einem anderen Port heißt wie dass wir im Prinzip dann unseren Let's Play Server haben der 24 7 online ist und dann halt noch meinen Privat und warum sollten die wir in den letzten 24 7 online lassen nicht gegenwarten nicht weil man es nicht braucht die meisten die haben die Genze aber auch an aber die meisten haben wir ohne Weibes drauf ich bin von daher mach ich nicht weil das aber eben nur der Sorge Ehe Lucke Lapp Lokal IP die Grenze ist nicht das Gläpporti Brunnen auch wenn wir mal bitte kurz schlafen ein ich bin im Keller muss Zeug zu tun ich glaube ich fand so ein paar da gehen wir und glaubt die zusammen er hat die Welt für uns zu hohen getan an Loll das Leben für den Weg und und weiter also alle sollen kommen sie jetzt hat sich hier er hat genau nachdem man die die 90 und da geht ich habe jetzt aber als sei Dank 4 4.6 und immer noch so ich meine Falle sagt warum kann man nicht eigentlich mit der Gäste beim Schwert blocken ich muss ich habe der Fall ist die Menschen werden sollen Aber im Akubelskorn mitbringen, danke. Das kann ich nicht sagen. Ja, siehst du doch, geht doch. Ja, wir sind wieder. Es geht. Los! Danke! Hehehehe. Wir sind so getreuen, mal froh im Niveau. Was ist denn toll? Damit! Bin vorgebracht. Bauer nur noch ein bisschen zu wenig. Nein, der Füße wird durch. Damit mal bitte helfen, nur Telzen bauen. Riechen groß, schönes Felzen. Hm, nee. Ich schmalz-Kalteisen. Ja, genau, Eisen, das Sand ist. Ich bin vom Haus, wo die Kleinen sind, das kleine Feld nicht mehr. Ich gehe einfach auf die Dach voran. Okay. Das Feld wird rechts nicht mal rechtes groß werden. Aber nicht nur Weizen, ja? Doch, Weizen. Erstmal nur Aufdreck Weizen. Weil Weizen zur Aufnahmungstelle und lässt sie am einfachsten haben. Hier oben ist der Netz gestorben, oder? Wir wissen nicht. Ich schlle nicht. Ich sehe nicht. Ich sehe nicht, ich sehe nicht. Hallo! I can see your death! Ähm, das ist ein falscher, es ist kein Gla 적이. Ich kann ich das schmelzen? Was war das denn grad eben für ein Grafikpack? Bei mir hingtied 모�θη, das Glas im Schmelzofen. auf ab dem nun und kommen ich bin lehrt 32 m aber es hat man sich nein Nein. David, das hatten wir schon mal. Läuft denn da? Ich kann den Namen hier kennen. Deine Mutter. Deine Mutter als Name hoch auf die Eile. Also hier hast du ein 60es Deck einmal geradeaus, bitte. Danke. Wie viele Blöcke? 60. Hab sogar noch, hat genau gereicht bis jetzt. Müssen da?